Und weiter beim Bosskampf! Yeah, bei Dragon's Prophet! Yeah! Das heißt Bosskampf, hier sind 1000 Ads, das ist das einzige Problem. Shit, 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 shit! Nein! Aber ich hab grad das Zaller ausgegeben, damit ich nicht ähm... Ich, ich belebe mich jetzt mit Geld wieder. Ja, hab ich auch gemacht. What the fuck? Bleib stehen, du halt hier mit! Kann ich jetzt mal sterben? Jawolle! Ahaha! Weißt du wie viel ich hab? Level 11. Ich hab noch nicht mal D voll. Ich hab da C voll. Ich hab gleich A voll. Ich frag dich warum? Nein, A ist zur Hälfte vielleicht. Wann sind da denn für Dinger? Auch für mich mal? Äh... Stoff. Fick dich, Stoff! Fick Stoff. Helf dir mal, Hilfe! Haha! Ich hab ein halbes Level bekommen circa. Wie ist euer Level grade, euer Levelstand? Oh fuck, ich hab dich auf den Stoff gewürfelt. Okay, ich hab ein halbes Level mehr als ich. Cool. Aber ja, ähm, wie lange das Event noch dauert? Na achte mal, vorbleibende Zeit Event. Ja. Ja, bis halt wieder von vorne anfängt. Wir müssen immer noch jemand töten. Ja, ja. Die Ratten hier. Achso. Die Ratten! Ah stimmt. Ich brauch auch noch Gewürze und sowas. Gewürze. Wo sei da? Da. Ein bisschen Curry. Safran. Wie die Chalatatting gemacht hab ich überhaupt getroffen. Bam! So. So, die nächsten roten Punkte. Da müssen wir nichts töten. Aber bei den Häusern. Ich bin schon beim Haus. Ja. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das stimmt. Hätten wir eigentlich ziehen sollen. Mal wieder hinter der Theke springen und Blitz macht. Wie viel gibt euch meinen Buff eigentlich? Einen Lebens... äh... Einen Wildhaltpunkt, ne? Ja. Mit Wildhaltung. Einen Punkt. Aber in der Nähe. Weißt du. Jetzt ist der Buff weg und wenn ich jetzt direkt an euch dranklebe, ist er da. Wir müssen ineinander laufen. Den Radius hätte ich vielleicht doch ein bisschen höher gemacht. Aber warte, wann der Buff weg ist. Jetzt geh mal ein paar Meter neben mich, Manu. Jetzt ist er weit. LOL. Aha. Ja. What the fuck. Ja immerhin. Immerhin Aleta. Ja. Du hast ja noch die Beta da. Wir haben bestimmt nur gemacht. Die verfolgen dann Lp-Beschiff. Alles auf die Beta schieben. Aber es gibt keinen Vibe, wie ich gehört hab. Ja. Ja. Gottseidank. Ja. Ein bisschen doof, ne? Warte, wir haben das gemacht. Ja. Da war dann so ein Endfight. Wie Endfight? Wie alt du bist, ne Peter? Wie alt du bist. Wie alt du bist. Level 12. Ne Endfighter war dann, ich glaub in Sturmwind und so. Dann sind riesige Truppen da drauf zugelaufen. Dann haben die sich da halt verteidigt. Die Beta-Spieler. Okay. Also A füllt sich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, es füllt sich auch gar nicht mehr, weil das Event vorbei ist, Peter. Oh, was? Und jetzt? Was machen wir denn? Ah ja, wir brauchen noch Sachen, ne? Ja, immer noch. Ich weiß gar nicht, was wir alles hier töten müssen. Ja, alles was rot ist. Ja, ja. Ja, aber wir töten nichts, was rot ist. Doch, die Ratten. Jetzt hab ich alle. Ich noch nicht. Hier ist doch irgendwie ein Symbol in dem Turm. Sollen wir mal gucken gehen? Stimmt, da ist ein Boss drin. Manu, wie viel Erfahrung hast du eigentlich? Ähm, jeden Moment vor Level 12. Okay, ich hab ein Dreiviertel jetzt. Jeden Moment vor Level 12. Ja, da drin ist ein Boss. Da wo Peter ist, den können wir auch noch töten. Sehr gut. Häuser, Häuser. Ich lad schon mal auf, ich lad schon mal auf, ich lad schon mal auf. Na, irgendwo hier. Nicht wieder. Hä? Ich bin runtergefallen. Auf der Karte ist das Symbol für den Boss. Der ist wahrscheinlich da unten. Oder hier. Ah, ich wollte dahinter gehen. Da, dahinten. Da, dahinten. Da steht er. Wie wo denn? Wie bist du da hingekommen? Hä? What the fuck? Wo hab ich mich hingeglitscht? Oh, lol, ich bin auf dem Turm hier oben. Ich hab mich hochgeglitscht. Ich bin genau über euch. Ich hab einen Angriff gemacht und war auf einmal hier oben. Müssen wir da hoch? Nein. Manu, wohin? Der ist unten auf dem Holzsteg. Achso. Ah! Boah! Das wär aber geil gewesen. Wie hier nicht mehr das Event zählt, ne? Genau. Wir sind halt an der Grenze. Ich töte erstmal die Ads. Los, Drache! Level 12! Drache, erwache! Genau. Ich higg den Boss mal ein bisschen rum, dann kann er nicht angreifen. Und down! Wunderbar. War das ne Quest? Oh, nice. Ne, ne. Ich denke nicht. Iron Blood, da muss... Klasse. Maaah! Alles ne Stoff. Gleich würfel ich da drauf, ist mir Latte. Du gefällt mir Latte. Bist du schon zwölf, Manu? Ich hab hier nen Stab für zwölf. Ja. Mh, trade mich mal an. Trade du mich da und du würdest mir doch mal geben. Keine Ahnung, hier sind immer Drachen. Na, warte. Wo denn? Seh ich gar nicht. Ich seh die, ich seh die Drachen gar nicht vor lauter Drachen. Da. Aber gab da deshalb Belohnung, weil das Event hat sich resettet, ne? Oh. Oh, der ist sogar besser. Nice. Oh, hier können wir Sachen abgehen, der gar nicht mal hab ich wie behindert. Ich hab schwere Rüstung übrigens, Peter. Für Level 14. Oh. Ich hab auch was für Level 14, aber für mich. Warte, ich... Ja, ich handel's dir schon mal, Peter. Dann musst du den Scheiß nicht mit mir rumschleppen. Wo bist du, wo bist du? Da. Hier, da. Du bist gerade weggelaufen. Gib mir das zu mir, Baby. Ja, ich will dich ja anhandeln, aber du bist so weit weg. Na, keine Ahnung, ich kann dich nicht anhandeln. Ah, jetzt. Genau, es funktioniert. Da. Ich hab Füße, leichte Rüstung. Ja, die brauch ich. Warte, gib ich dir auch was. Hier, guck. Guck mal. Oh, die kann ich sogar tragen. Ja, geil. Ich die auch, ich bin Level 4. Nein, Quatsch. Was? Noch nicht. Hilfe. Der Boss ist wieder da. Ja. Lass mal machen. Ne, Manu will das Event machen, oder? Ja. Und Peter meinte, der andere Boss ist wieder da. Ach so. Ich find aber blöd, das hat von dem Event jetzt keine Belohnung gehabt. Ich war voll gut. Hä? Erfahrung. Doch klar ist er. Hä? Deswegen bist du doch noch am Level her vor uns. Schlau im Haier. Mann, oh, ich versteh das nicht. Peter, 31 Jahre, geistig behindert, oder 32. 32 Wichser. Was ist denn los denn hier? Oh, hab ich dich auszusehen zu jung eingeschätzt. Wieso ist die erste Phase gleich schon vorbei? Wer tötet denn die ganzen Ghule hier? Oh Gott, es will 9, mein Lieben. Ich rette dich. Also, ich töte grad hier den, den... Den Boss? Ja, hier unten, das kleine Ding. Den Gra... Nochmal. Galika. Galika. Galika Knecht. Ich helfe dir mal kurz. Anno kann ja währenddessen seine C-Leiste weitergefallen pushen. Ne. Wo ist er hin? Achter. Er bin hochgetreten. Komm. Ja. Gib mir Stoff. Gib mir Stoff. Bäm. Stoff. Fick dich Stoff. Stoff. Das find ich ja nett. Schon wieder Stoff. Also schon mal vielen Dank an die Entwickler. Ich möchte meiner Mama danken. Meinen Papa. Na. Und ich grüße meine Omi, die schon seit 10 Jahren im Grab ist. Seit 20. Und die ich gar nicht kennen. Okay. Oh. Oh. Höhnenlangkäfer. Schaden. 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 Yeah. Wow. Ich habe immer noch nicht stehen. Manu, was ist zu denn an? Du siehst aus wie so ein Höhlenmensch. Oh. Ah. Manuel ist der Höhlenmensch. Bleib mal stehen, du Wichser. Ah ja. Was willst du tun, du Knecht? Du Oberknecht, du. Ah ja. Jeder, der in eine Gilde kommt, ist erstmal ein Knecht. Ja. Ja. Sofern wir das benennen können, Richtig. Ja. Wenn der Bug weg ist. Ja. Ist halt noch eine Beta. Bitte sag das das ganze Let's Play über. Danke. Bei allem. Deswegen droppt er nur Stoff, weil es ja Beta ist. Dann redest du dir gerade aber eine Mal. Ja klar. Wenn nächstes Mal on gehen, dann ist doch voll die geilen Sachen. Weil die Entwickler mir was reingetan haben. Debitos Hose. Die heißt dann auch so. Genau. Bin dann extra Items nach dir. Manu, hilf mir. Starker Ghoul. Okay, ich komm, ich komm. Waaah. Aber was bringt die Quest uns denn? Ep. Ja. Was bringt die uns denn? Ep. Ja. Peter hat 200 Jahre. Was bringt die uns denn? Wo muss ich denn? Ah, hier. Ja, Peter. Guck. Die Entwickler haben mir schon ne Rüstung geschenkt. Warum? Was hat der denn für Syndrom? Was? Das ist doch nix schnalls. Da, Peter. Schau. Die Entwickler haben hier schon ne Rüstung ins Spiel gebaut. Haha. Nein. Nein, die wollten wir ja nicht verwenden. Die sieht so ein bisschen schwul aus, oder nicht? Die sieht ein bisschen aus wie von Monster Hunter. Bei weiblichen Charakteren sind viele Rüstungen sehr sehr knapp. Warum denn nur? Hm, versteh ich nicht. Aber ich find hier, als... Ja! Ich hab eh voll. Presse. Als männlicher, ähm... Weibchen zu zocken, find ich voll doof. Ja. Da stimme ich dir zu. Und das machen viele. Zu viele. Wo sind die, ähm... Alchemisten? Ich spiel sowieso. Die meisten spielen Weiber und freuen sich, wenn man Penis sagt. Was läuft da schief? Was ist da los bei den Jungs? Ich spiel ganz selten den weiblichen Charakter in irgendeinem Spiel. Ja, nur wenn es sein muss. Also wenn es ne Magierin ist bei Diablo oder was weiß ich. Achso, ja. Das ist aber auch keine Wahl. Ja, eben. Können wir jetzt hier weggehen? Das macht mich nicht mehr an hier. Ja, wir sind doch fast fertig. Warum sollten wir jetzt weggehen, wenn die Quest fast zu Ende ist? Lass, Digga, was los mit dir? Lass, wir gehen weg. Okay, tschüss. Jetzt fühlt sich da bei mir gar nicht so schnell. Ich hab auch nur D. Ich hab ein... Ein fünftel von D. Ja, natürlich die ganze Zeit. Ja, guck das. Da ist noch so ein Schax, Alchemist. Schax. Aber ist auch gut, dass wir so machen. Ich glaub, weil wir leveln eh ein bisschen zu langsam, weil wir eine Gruppe haben. Achso, okay. Das lohnt sich ja sowieso, wenn wir alles öfters machen. Der sieht scheiße aus, enttötig. Der muss aber auch den Zombie töten. Achtung, der Boss-Bond. Häuser. Ja. Doch. Jetzt ein Ram-Mob. Oredon. Ach nee. Ich hab' diesen zwei Passag gespawnt. Achso. Sehr gut. Kann er wieder stopfen, wenn der Platz hat. Ja, endlich. Ja. Ich hab' den falsch angekettet in einen. Sehr gut. So haben wir wenigstens gerade nur... Okay, der kann, glaub ich, schon wieder laufen. Wie so ein riesiges Skelett am rumlaufen, was uns töten möchte. Ich bin tot. Schon wieder. Wie wieder. Zweite Mal. Weißt du, der Krieger stirbt hier die ganze Zeit. Och ne, wo bin ich denn? Ja, da wo ich war. Level 12. Pack. Salomon Wasserbrücke. Ich bin noch mit Level 11 beendet. Könnt ihr mir mal helfen hier? Ja, ich schlag den Skelett-Boss gerade ein bisschen. Aber der hat irgendwie ein Fetisch gerade auf dich. Von der Spawn-Scene? Ja, ich merk schon. Im Gebietwarte gar nicht kennst du. Wie bin ich denn hier gekommen? Ende. Aua. Treten, treten, hochkecken. Und draufhauen. Oh, das war blöd. Ich bin vor meinem Drachen abgestiegen. In der Luft, oder was? Ja. Lebst du noch? Ja. Ich bin im Wasser gelandet. Achso. Boah, Glück gehabt, ey. Dann kann ich den Drachen nicht spawnen. Ah, hier aber. Ja, er ist tot. Der Erste. Der Zweite lebt noch. Jetzt ist der Zweite tot. Nein, ihr Wechsel. Bekommt jetzt gar keine EP. Ich hab auch gar keine. Ach ja, stimmt. Man kriegt die EP ja nur einmal am Tag. Da war doch was. Ah, ja. Oh, Glück gehabt. Stimmt ja. Da bin ich wieder. Hallo. Ich weiß, es lohnt sich also auch nur einmal am Tag. Ah, haha. Hat er nichts gedroppt, der Wichser? Doch, ganz viel. Oh, voll viel. Arzt, Shirt. Stoff. Und ein paar Splitter. Ah, ich hab nichts erkriegt. Ich rein. Der Typ haut mich. Ma, ich bin im Kampf. Mach mal hier fertig. Ja, wegen dem Typen. Sollen wir schon mal ein paar Quests abgeben? Wär dat wat? Dat wär wat, ja. Weil dann würde ich jetzt mal abfliegen, weil dann kann ich die abgeben und dann ist der Part auch schon fast am Ende. Da links. Da links. Da links. Was? Da links? Ist schon gut. Ihr fliegt schon. Dort waren wir ja die Haken auf der Map, ne du Wichser? Da ist ein Haken. Ah, da ist was. Ja, wir haben schon die nächsten Quests angefangen, bevor wir die ersten fertig hatten. Oh, warum aber nicht? Oh, eine fehlt. Fehlt euch auch eine? Ja. Great Dragons be with you. Plünderer Galika. Ach, jetzt kriegen wir die Quest mit Galika, dass wir ihn töten müssen. Oh, okay. Achso. Aber das seht ihr erst im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Playlist. Playlist.